Hallo liebe Anglerinnen und Angler! Ihr sucht einen guten Kunstköder zum Raubfischangeln im Spätsommer oder frühen Herbst? Hier ist er! Ein Shatterbait! Mit diesem Ködertyp habe ich ihn in letzter Zeit echt gut gefangen. Zeit dazu mal ein Video zu machen. Viel Spaß beim Zuschauen! Der erste Wurf kann in meinem Shatterbait manchmal schon entscheidend sein, denn es ist ein Suchköder, wie er schon so schön gesagt wurde. Das würde ich tatsächlich sagen. Ein Kunstköder, auf den Raubfische meistens sehr schnell reagieren, weil er einfach extreme Druckquellen im Wasser macht und dementsprechend auch Bisse eher provoziert, als dass er dem Raubbauer jetzt eine natürliche Nahrung vorgaukelt. Und wenn so ein Köder einfach stark auffällt und sind aktive Raubfische in der Nähe, die auch ein bisschen Fresslust haben oder sich möglicherweise von dieser harten Köderaktion ein bisschen gestört fühlen, kriegt man mit so einem Shatterbait oft sehr schnell einen Biss. Manchmal kann das hier auch im letzten Augenblick noch knappen. Gerade jetzt im Spätsommer stehen die Fische oft sehr, sehr flach. Hat jetzt nichts gebracht, aber ich denke, da kann ich euch heute noch was zeigen. Aber das ist das Erste, was ich euch zu diesem Thema Shatterbait schon mal mitgeben möchte. Meistens braucht man einen Spot damit nicht lange ausangeln, denn wenn Räuber da sind, die diesen Köder auch wollen, dann werdet ihr sie wahrscheinlich auch schnell in den Haken bekommen. Boah, Leute, ich kann jetzt nicht anders. Ich will ja eigentlich was über Shatterbait erzählen. Und jetzt hat es hier richtig an der Oberfläche geraubt. Ich habe natürlich hier schon noch eine Köderbox dabei, so ist es nicht. Es waren Barsche, es waren definitiv Barsche, also man hat es eindeutig gesehen. Und ich glaube, es waren auch bessere Barsche. Und ich habe ja hier schon einen Prototypen mit. Das ist noch gut, wenn man dieses Adrenalin beim Angeln noch hat und dann heiß ist. Das sind jetzt keine 50er Barsche, die noch drauf. Aber ich habe hier diesen Prototyp. Widdlesblech wird das Ding heißen. Ich zeige ihn euch ganz, ganz schnell mal. Aber jetzt muss es schnell sein. Ja, ich glaube, da ist immer noch was. Das wäre es, ey. Der Gäscher liegt da hinten. Ja, den Berg komme ich dran auf jeden Fall. Das wäre es jetzt. Topwater Barsche. Nichts hier Shatterbait. Ja, waren relativ ufernah, also nicht weit draußen gewesen. Also absolut hier ein Wurfweite. Aber ich glaube... Da, yes! Oh, nein! Das war jetzt kein Riesenbarsch, aber hier kommt immer noch einer hinterher. Hier fehlt, glaube ich, so ein bisschen der Wind heute. Habe ich so den Eindruck. Aber zum Topwater Angeln ist spiegelglatte Oberfläche. Ja, yes, 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 yes! Es ist kein Riesen, aber ich habe ihn dran. Ich habe ihn dran. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Den müssen wir jetzt noch landen. Wirklich, es ist kein Riesenfisch, aber ich muss schnell den Kessel hergreifen. So, bitte bleibt dran. Ich finde es jetzt wirklich cool. Ich finde das jetzt wirklich cool, dass das hier funktioniert hat. Auch wenn es eigentlich nicht der Plan war heute. Aber, ja, er hat sich jetzt hier an dem zweiten Drilling, also der hat natürlich regulär gebissen, ihr habt es auch gesehen, hat sich hier an dem zweiten Drilling noch mit eingehangen. Ich habe ihn jetzt sogar gekechert, obwohl er nicht groß ist. Aber ich freue mich. Ich finde das schön. Hände ein bisschen nass machen hier. Jetzt ist wichtig natürlich schon der Umgang mit den Fischen hier bei den Temperaturen. Und hier auf dem Lillesblech ein schöner, schöner, hübscher, kleiner Barsch. Es ist kein Riese, ist auch schon frei. Hat gleich funktioniert. Er geht schnell wieder rein. Er ist gleich weg. Alles cool. Ging auch alles schnell. Finde ich jetzt voll cool. Ich werde da jetzt auch noch weitermachen, obwohl ich eigentlich hier Shatterbait fischen wollte. Aber, ähm, Topwater angeln ist doch auch Adrenalin pur. Also, und ich habe zum Kameramann schon gesagt, er soll einfach mal die Kamera hier laufen lassen. Und, mal schauen, das waren jetzt zwei Würfe, zwei Bisse. Vielleicht geht noch mehr. Ja, also es ist wie gesagt ein Prototyp. Wird aber nichts mehr dran verändert. Jetzt kann ich ihn ja mal schnell zeigen. Hier dieser Little Splash von Saika Pro. Es wird auch noch einen großen Bruder. Ihr habt ihn bestimmt auf meiner Instagram-Seite schon gegeben. Den Big Splash natürlich dann auch geben. Äh, der dann also auch für dicke Rapfen zum Beispiel, habe ich damit schon gefangen, geeignet ist. Aber hier der Little Splash ist ein geiler Köder zum Barschangeln. So ein kleiner Popper hier. Sechs Zentimeter. Äh, lässt sich gut werfen. Verheddert sich selten. Also, und er fängt auch, wie man sieht, ja. So. Vielleicht geht noch einer. Wer weiß. In dem Sinne ist ja so ein Popper gar nicht so viel anders wie so ein Shatterbait. Nur das... Oh Gott, wieder, wieder, wieder. Komm, nochmal. Das gibt es doch nicht. Und hier ganz, ganz nah am Rand, ganz nah am Rand hier am Flachen. Da habe ich eben schon wieder einrauben sehen weiter hinten. Also, die sind gerade da. Das war jetzt dritter Wurf, dritter Biss. Und was halt auch total cool ist, man sieht das mal, wie manchmal so ein Köderwechsel in so einer Situation... Hier geht es ja nicht um dieses Thema, was wir ja im letzten Film hatten, dass man einfach mal eine andere Farbe dran macht, sondern man macht eigentlich einen komplett anderen Ködertyp dran, also einen Topwater-Köder. Vorher mit dem Shatterbait habe ich hauptsächlich in Grundnähe geangelt. Und so ein Popper, der macht natürlich auch viel Druck. Genau das, was ein Shatterbait auch tut. Er macht es einfach bloß an der Oberfläche. Und scheinbar sind die Barsche jetzt hier an der Oberfläche aktiv. Also vorher hier mit Shatterbait, selbe Stelle, nichts gewesen. Dann die Raubaktivitäten gesehen. Vielleicht ist jetzt auch einfach nur ein Schwarm reingezogen, aber vollkommen egal. Es macht riesen Spaß gerade und wer weiß, ob da noch mehr geht. Ich versuche ihn jetzt mal. Es ist die gleiche Größe oder noch ein bisschen kleiner als der andere, aber vollkommen egal. Hat gleich wieder funktioniert. Hier mal direkt im Wasser vielleicht auch zu lösen. Ja, ist kleiner als der Erste. Aber Moment, 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 Moment. Jetzt muss ich doch mal gucken, weil der hat nämlich hier kleine Fische hier gefressen. Das sieht man. Und wir schauen mal. Ich hoffe, es passiert nichts. Ne, das hat er leider schon ausgeschaut. Also er hatte eben hier einen kleinen Fisch noch drin gehabt, habe ich gesehen. Und jetzt versuche ich ihn wirklich hier sofort im Wasser zu lösen und nicht zu kechern. Hätte gerne mal gesehen, was sie gefressen haben. So, Haken ist frei und schwimmt wieder. Ja, das ist ja schön, dass ihr auch mal miterlebt, dass ich mich für solche Sachen begeistern kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, solange hier weiter jeder Wurf jetzt ein Biss ist, denke ich gar nicht dran, wieder den Shatterbait dran zu machen. Ich angle erstmal hiermit weiter. Das war jetzt der erste Wurf, den ich ohne Biss hatte. Vielleicht sind die Barsche jetzt einfach weitergezogen. Vielleicht haben sie, das ist auch sehr wahrscheinlich, genau wie beim Shatterbait, auch natürlich bei so einem Popper, der im Gegensatz zu einem Stickbait, der tendenziell eine dezentere Aktion hat, eben doch durch seine Einbuchtung hier vorne wirklich viel Druck macht und dementsprechend auch so ein Radau-Köder ist, genau wie der Shatterbait es auch ist. Hat man natürlich schnelle Attacken drauf, wird schnell von den Fischen wahrgenommen, aber sie durchschauen das Spiel dann eben doch relativ zügig. Und ich kann mir vorstellen, ich werde jetzt natürlich erstmal noch ein bisschen damit weitermachen, weil es jetzt der erste Wurf ohne Biss war, Luxusproblem. Kann aber sein, dass sie jetzt natürlich auch gemerkt haben, jetzt sind zwei von ihren Artgenossen, der zweite war ja jetzt schon deutlich keiner als der erste da weggefangen worden, dass sie wissen, dass das da also keine so richtige Beute ist. Also vorsichtig werden, ihr wisst natürlich genau, was ich meine und dementsprechend ist dann der Spuk genau so schnell vorbei. Aber es ist eben gut möglich, dass ich mit dem Shatterbait heute zumindest oder jetzt bei diesen Bedingungen eine Etage zu tief geangelt habe, weil an anderen Tagen, ihr wisst, der Sommer war dieses Jahr nicht der beste, war es hier eben meistens viel, viel windiger und teilweise hat es auch geregnet. Und bei den Bedingungen hat der Shatterbait hier auch echt gut funktioniert. Vielleicht ist es heute einfach zu ruhig dafür oder die Fische stehen zu dicht an der Oberfläche, sodass man mit dem Shatterbait, der ja zumindest kein Oberflächenköder ist, das ist ja klar, man kann ihn auch relativ flach fischen, dazu wollte ich eigentlich auch noch ein bisschen was sagen in diesem Video und werde ich bestimmt auch, aber da angelt man ja natürlich schon eine Etage tiefer damit, wie mit so einem Popper, der ist ja wirklich ein reiner Oberflächenköder, also ein reiner Topwater-Köder und ja, da werden sie dann eben doch, na, ich muss hier immer so zur Seite gucken, aber ich glaube, der Spuk ist jetzt erstmal vorbei. Dann kann ich euch wenigstens was zu Shatterbaits jetzt erzählen. Mein Lieblings Shatterbaits, wen wundert's, ist der Randale Max von Seika Pro. Ihr kriegt ihn in sechs unterschiedlichen Farben und in den Gewichten 7, 10, 14 und 21 Gramm. Das ist ein Shatterbait, der sowohl zum Angeln auf große Barsche als auch vor allen Dingen auf Hechte sehr erfolgreich ist und obwohl er relativ klein ist, das ist eigentlich gerade das Ding bei der ganzen Geschichte Shatterbait. Denn im Sommer, ihr wisst es, hat man viele Brutfische im Wasser und selbst größere Räuber fressen die dann auch und deswegen sollte man natürlich jetzt unter Umständen keinen allzu großen Köder fischen. Also ich persönlich angele im Sommer selten mit Ködern, die größer als 12 cm sind generell. Im Winter sieht das ganz anders aus. Also kleine Köder sieht man auch am Erfolg des Fortuna Shad sind jetzt im Hochsommer, Spätsommer, frühen Herbst sehr erfolgreich und so ein Shatterbait, dieser hier zumindest der Randale Max, ist ja auch verhältnismäßig klein. Aber durch seine extrem großen Metallblätter, die er hier dran hat, also die sind größer als bei vielen anderen Shatterbaits, macht er am Wasser einfach extremst viel Druck und spricht damit einfach den Aggressionsreiz der Fische an. Zum anderen kann man aber eben trotzdem im Beuteschema dieser relativ kleinen Fischbrut bleiben. Also man fischt damit nicht so groß, aber man fällt unter diesen vielen Brutfischen einfach damit auf. Das ist der entscheidende Punkt und insofern für Barsche Hechte ein Top-Köder. Ich habe auch schon Zander auf Shatterbait gefangen, das funktioniert gerade so im späten Frühjahr kurz nach der Schundzeit manchmal ganz gut. Auch in anderen Situationen kann das funktionieren, aber es ist für mich kein Top-Zanderköder, muss ich sagen. Aber für große Barsche und vor allen Dingen für Hechte ist zumindest der Randale Max richtig klasse. Es gibt natürlich auch viele andere gute Schütze auf dem Markt, aber ich will natürlich den, den wir entwickelt haben. Und ich kombiniere den dann auch sehr gerne mit unserem Saiga Pro Pirsch Twist. Das ist also ein Twister, der durch seine Verdickung hier hinten am Schwanzzeller sehr leichtgängig ist. Und der passt gerade, wenn es auf Hechte geht, sehr, sehr gut zum Randale Max. Ich habe jetzt hier auch einen verhältnismäßig, also den Hot Pirsch ist ja eh so ein Klassiker. Den habe ich jetzt hier gewählt dafür. Passt, denke ich, farblich ganz gut zueinander. Aber man hat jetzt natürlich viele Variationsmöglichkeiten. Man könnte jetzt auch hier zum Beispiel diese eher helle Farbe mit einem dunklen Twister oder einem dunklen Pintail kombinieren. Da gibt es also viele Möglichkeiten, da ist euch auch die freie Wahl überlassen. Was ich euch allerdings empfehlen würde, als diesen sogenannten Trailer, das ist der Pirsch Twist in dem Fall. Auf Neudeutsch heißt es ja Trailer, also dieser Gummiköder, mit dem er den Shatterbait kombiniert, sollte keine zu massive Aktion haben. Also keinen großen Tellerschwanz haben. Also eher ein schlanker Köder sein. Es darf auch ein No-Action-Köder, wie gesagt, ein Pintail zum Beispiel oder ein V-Tail sein. Das wird auch sehr gerne genutzt. Aber ich finde, wenn es auf Hecht geht, der Randale Max zusammen mit dem Saiga Pro Pirsch Twist eine gute Waffe und auch einige dicke Warsche habe ich damit in letzter Zeit gefangen. Ja, 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 da ist der grellere Farbe dran gemacht und die, oh, das ist ein Barsch, das ist kein Hecht. Also es funktioniert auch mit dem Shatterbait und das ist jetzt auf jeden Fall ein besserer Fisch. Ich habe den Kescher hier eine Schilfe Lücke weiter, aber ich kann jetzt nichts machen, das ist... Also großes Dank schon mal hier an Adrian, den Kameramann, der hat mir den Kescher geholt. Echt nett, also ich hätte ihn natürlich jetzt auch per Hand gelandet. Ich kann ihn auch immer noch verlieren, wenn ich Pech habe, der hängt nur knapp, wie meistens mit Shatterbait. Schöner Fisch, aber er ist drin. Jawohl. Erst Topwater, die Kleinen geholt und jetzt eine italische Tiefe mit dem Shatterbait, ein richtig schöner Barsch. Wir werden jetzt, glaube ich, aufgrund der Temperaturen auch auf das Messen verzichten, aber das ist ein echter schöner 40-plus-Fisch. Auf den Randale Max gefangen von Saiga Pro. Wir nehmen ihn ganz kurz raus, ich zeige ihn euch. Also voll geil, die Radtau-Köder ziehen heute und das trotz dieser spiegelgelatten Oberfläche. Schön. So Freunde, er lässt sich leicht lösen. Nochmal ganz schnell, schöner Fisch und der geht natürlich jetzt wieder schwimmen. Ist mir jetzt auch egal, wenn er jetzt bei seinen Kollegen sheetet, dann ist es halt so, beide Köder, die ich gezeigt habe, den einen nur ganz spontan, den Little Splash und jetzt hier den Randale Max kombiniert mit dem Plush Twist haben gefangen und das war jetzt auch die Barschgröße, die ich wollte. Ich habe ja bereits erwähnt, dass Shatterbaits jetzt im Sommer aus bestimmten Gründen sehr erfolgreich sind, weil sie eben starke Aktionen mit einer geringen Ködergröße verbinden, eben so ein typischer Radau-Köder halt. Und was ich an so einem Shatterbait auch noch richtig cool finde, ist, dass man ihn sehr variabel führen kann. Das heißt, ihr könnt diesen Köder zum einen wie ein Gummifisch führen, also in kleinen Sprüngen über den Grund, wie man es beim Zanderangeln beispielsweise macht. Ihr könnt ihn aber auch, und das würde ich euch als erstes immer empfehlen, einfach mal durchs Mittelwasser leiern. Gegebenenfalls kann man ihn auch erstmal, das mache ich sehr häufig, zumindest an Stellen, wo es tief abfällt, wo es flach natürlich ist. Man kann ja auch in relativ krautigen Bereichen mit Shatterbaits angeln, da wo es relativ flach ist, da reiche ich natürlich gleich ein. Aber in tieferen Spots mache ich es eben gerne, dass ich ihn erstmal runtersinken lasse zum Grund und dann kurbele ich ihn aber relativ zügig durch. Dann ein bisschen langsamer kurbeln und dann, letzte Etappe, fischt man ihn, sofern es nicht zu hänger oder krautreich ist, wie ein Gummifisch über den Grund. Also man geht sozusagen von unten nach oben vor. Also man fischt erst das Mittelwasser ab, beziehungsweise die höheren Wasserschichten und dann angelt man noch am Grund. Und das kann man mit Shatterbaits eben alles machen. Wie gesagt, ich versuche hier auch mal, also nicht immer die gleiche Bahn zu werfen. Mal erstmal so ein schneller, flacher Wurf hier an der Steinpackung entlang, an der Schilfkante, der relativ nah am Rand geht. Und da kurbele ich ihn eben sofort rein, weil da ist es auch nicht allzu tief. Und danach, wie ich schon erzählt habe, fische ich dann auch mal ein bisschen weiter hier raus und lasse ihn dann mal bis zum Grund durchsinken. Und im letzten Schritt wird er eben in kleinen Sprüngen über den Grund gefischt. Und gerade so diese 10-Gramm-Variante hier vom Randale Max, es gibt ihn ja halt auch, wenn man tiefer fischen möchte, in sehr schweren Ausführungen, also 21 Gramm hatte ich ja gesagt, der sind natürlich 14 und 21 Gramm. Gerade wenn man dieses Jiggen jetzt betreiben möchte oder Faulenzen damit, also den Köder über Grundfischen besser geeignet. Aber wenn man jetzt hier so ein bisschen Freestyle fischen will, also mal ein bisschen mehr im Mittelwasser, mal ein bisschen mehr am Grund, dann kommt man mit dieser 10-Gramm-Variante hier sehr gut klar. Vielleicht haben sich einige schon gefragt, was ich hier jetzt für eine Rute fische. Es ist eine Saiga Pro Artemis, ja, kennt ihr ja von mir, fische ich ja sehr gerne damit bekanntlich. Aber das ist ein Modell, was es so noch nicht zu kaufen gibt. Aber wir haben es schon zur Produktion inzwischen freigegeben. 2,38 Meter mit einem Wurfgewicht von 8 bis 42 Gramm. Eine richtig geile Route, um mit Hardbaits zu fischen, wo ich jetzt so ein Shatterbait auch einfach mal dazu zähle, auch wenn er aus Metall natürlich ist. Aber man kann halt auch so einen kleinen Popper damit angeln. Man kann ein Twitchbait damit angeln, auch ein Fight-Twitch einmal freigeht damit. Und das Schöne ist, diese Route ist ultraleicht. Sie ist super sensibel in der Spitze, aber sie hat Rückgrat. Also ich habe schon Hechte bis zu knappen Metern. Einen Meter habe ich damit noch nicht gekriegt, aber also wirklich gute Fische auch damit schon ausgedreht. Das war kein Problem. Und hier mit so einer 3000er Rolle kombiniert. Dünne Schnur, kleines Stahlvorfach hier dafür. Also da ist man jetzt zum Barschangeln gewappnet in der Abenddämmerung. Und man kann natürlich auch einen schönen Hecht damit fangen, ganz klar. Also eine Route, die wirklich genauso, wie sie jetzt hier ist, mit minimal nur noch optischen Veränderungen in den Handel kommen wird. Vielleicht im Winter, vielleicht erst nächstes Jahr. Aber ich kann es schon mal zeigen, ich angle ultra gerne zur Zeit damit. Und mal schauen, ob da jetzt hier, jetzt sind sie wahrscheinlich schon wieder weggezogen, vielleicht doch nochmal ein Barsch bis Topwater kommt. Das wäre natürlich hammergeil. Ne, wir haben das Spiel durchschaut. Wir sind da. Wieder eine Attacke gehabt. Leider, ich würde es euch so gerne richtig zeigen. Vielleicht glaubt ihr es mir auch nicht, aber die stehen hier ganz nah am Rand und leider können wir da nicht filmen, weil da das Schilf ist. Yes! Also ich habe keinen Quatsch erzählt, das ist wieder nur ein kleiner Barsch. Aber ganz ehrlich, klar, oh Gott, der ist wirklich klein. Es macht einen riesen Spaß und es ist ja bekanntlich so, dass man auch wirklich ganz, ganz klein, ich will ihn hier gar nicht erst großartig zeigen, aber ich freue mich, es macht mir wirklich Spaß. Es ist ein richtig schöner Abend heute. Und ja, das ist nicht gespielt, weil es eben mal so was anderes ist, ja mal Topwater zu angeln, was ich halt nicht so oft mache auf Barsche. Ihr seht, Veit Wilde kann sich auch sehr gut über einen kleinen Barsch freuen. Jedenfalls, wenn er hier beim Topwater angeln auf den Little Splash gebissen hat. So, ich habe jetzt gesagt, wenn die Sonne untergeht, jetzt, wir wollen auch gleich gehen, mache ich doch nochmal, weil ich einfach echt heute Bock drauf habe, weil es Spaß macht, nochmal einen Topwater-Küller dran und siehe da, der Little Splash hat doch nochmal einen Barsch gebracht. Ich nehme ihn jetzt echt mal mit der Hand, weil wenn jetzt ja die Drillinge noch im Kescher hängen bleiben würden, Hände sind nass. So, hier könnt ihr ihn kurz sehen. Schöner Fisch, also kein Riese, aber, oh, bleib still, voll cool. So, Leute, letzter Wurf hier heute, genau zum Sonnenuntergang. Ich habe zum Kameramann gesagt, Sonnenuntergang ist auch Angelschluss. Natürlich würde man jetzt hier bestimmt noch den ein oder anderen Fisch fangen, könnte ich mir vorstellen, aber ich... Oh, na, komm. Ah, da wäre der Abschlussbarsch fast gewesen. Nur das Einmal wäre ich noch hin. Die Sonne ist noch da. Aber selbst wenn er jetzt nicht mehr kommt, war das heute ein richtig schöner Angelabendtier, endlich mal schönes Wetter und ich konnte euch halt auch wirklich mal zeigen, dass jetzt um diese Jahreszeit und unter solchen Bedingungen solche Köder, die richtig Radau machen, wie eben da Nilles Spashpopper oder der Randale Max Shatterbait extrem fängig sind. Und dieses Topwater-Angeln, es ist so geil. Also ich muss sagen, auch wenn das jetzt keine großen Barsche waren, die auf Topwater gebissen haben, aber mir hat das heute mehr Spaß bereitet, als irgendwie jetzt vielleicht 360er Zander zu fangen. Also Veitwilde angelt, wie gesagt, auch gerne mal auf kleine Barsche. Und ich hoffe, ihr habt noch ein paar andere Dinge als nur das aus diesem Video mitgenommen. Danke fürs Zuschauen und wenn euch das Video, was ja diesmal wirklich so ein bisschen Freestyle gelaufen ist, aber ich habe gesagt, wir machen das einfach so, es kann nicht immer nach Drehbuch funktionieren, wenn euch das gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, gerne in die Kommentare rein und vergesst nicht, ganz wichtig, Abo für meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Dickes Petri, euer Veit. Ciao. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020